Wir haben uns mit der Geschichte des bürgerlichen Rechts beschäftigt und von dieser Geschichte ausgehend den systematischen Zusammenhang erschlossen, was bürgerliches Recht ist und wie wir vom bürgerlichen Recht, vom Gesichtspunkt des Status Naturalis zum Status Civilis und von hier zum Rechtsverhältnis und dem Schutz der Freiheit, der kantischen Philosophie, zum Anspruchsaufbau gekommen sind. Anspruchsaufbau heißt also, einer kann vom anderen etwas verlangen und zwar eine Handlung. Und Handlung ist der Oberbegriff von tun oder unterlassen, finden wir legal definiert in Paragraf 194, also dort, wo etwas über die Verjährung steht. Ansprüche verjähren, dazu hatte ich schon was gesagt. Wir kommen jetzt von hier aus vom Anspruchsdenken und vom Gedanken der Rechtssystematik des Rechtsverhältnisses, nämlich zur Systematik des Rechts ganz generell und dann speziell auch zur Systematik des BGB. Auf der ersten Ebene, wenn wir den Gedanken des Rechtsverhältnisses zugrunde legen, finden wir die Ebene und Unterscheidung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht. Während das öffentliche Recht das Verhältnis Staat und Bürger regelt, regelt das Privatrecht das Verhältnis der Bürger zueinander. Also wir erinnern uns, wir hatten gesehen, es geht um das Verhältnis, die Beziehung von Rechtspersonen zueinander. Und da der Staat eine Rechtsperson ist, auch hier müssten wir im Grunde nehmen, eine Fiktion, aber eine juristische Person, der wir Rechte und Pflichten zuordnen. Also wir hatten das über den Begriff der juristischen Personen kennengelernt. Auch der Staat, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die größte Körperschaft schlechthin. Ja, der Leviathan, wie Hobbes ihn nennt, der große Körper, der große Wahl, ist also hier der Staat. Und dieses Verhältnis vom Staat zum Bürger ist klassischerweise eben gekennzeichnet durch ein Überunterordnungsverhältnis, wie wir es ja besonders stark immer dann mitbekommen, wenn der Staat sehr stark in das Privatleben des Einzelnen hineinregiert, also etwa aktuell uns im Detail auf Zentimeter genau vorschreibt, wie wir uns anderen gegenüber zu verhalten haben. Und was wir alles zu tun haben, das ist, wenn wir aktuell die Entwicklung sehen, doch recht stark dieses Verhältnis Staat-Bürger. Und hier ist auf der anderen Ebene das Verhältnis Privatrecht stark zurückgedrängt. Das ändert nichts daran, dass natürlich die Regelungen, die der Staat im Verhältnis der Bürger zueinander regelt, dazu werden wir gleich noch kommen, Auswirkungen natürlich auf das Verhältnis haben. Und trotzdem nennen wir das Ganze nicht Privatrecht. Wir gehen wirklich nur von der Rechtsbeziehung aus und sagen, wer sind die Akteure, die hier miteinander zu tun haben. Der Staat auf der einen Seite und der Bürger auf der anderen Seite. Der Staat handelt durch Hoheitsakt im Verwaltungsrecht regelmäßig durch den Verwaltungsakt. Und im Privatrecht agieren die Bürger im Regelfall eben durch Vertrag. Es kommt durchaus auch vor, dass zwischen einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft und dem einzelnen Individuum ein Vertrag geschlossen wird. Und immer dann und in anderen Konstellationen kann die Abgrenzung durchaus mal zweifelhaft sein. Schauen wir uns einen Beispielsfall an, wenn etwa die Stadt Berlin für ein neu eingerichtetes Schulgebäude Möbel braucht. Dann bestellt sie für 120.000 Euro Möbel bei der Firma V und die wird auch termingerecht geliefert, diese Möbelausstattung. Die Stadt, die in Zahlungsschwierigkeiten ist, wir kennen diesen Satz von Herrn Wovereit, Berlin ist arm, aber sexy, zögert die Begleichung der Rechnung immer weiter hinaus. Und der Möbellieferant V möchte die Stadt deshalb auf Zahlung verklagen, weiß aber nicht, ob er sich deshalb an das Landgericht Berlin oder das Verwaltungsgericht Berlin nämlich zuständig bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten wenden soll. Also wir sehen schon, diese Abgrenzung in Rechtsverhältnissen zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht hat durchaus praktische Auswirkungen, nämlich schon bei der Frage, welchen Rechtszug ich einschlage. Und da wir ja schon gesehen haben, es gibt die drei großen Stränge, das öffentliche Recht, das Privatrecht und das Strafrecht, ist es auch für die Gerichtsbarkeit durchaus relevant, dass man beim richtigen, beim zuständigen Gericht klagt. Und eine der wichtigsten Fragen ist zunächst, gehört das Ganze vor die ordentlichen Gerichte, also die Privatgerichte, die bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten, Privatrechtliche Streitigkeiten klären, also Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte bis hin zum Bundesgerichtshof. Oder gehört es vor die Verwaltungsgerichte, also Verwaltungsgericht, wenn wir in Mecklenburg bleiben, haben wir einmal in Schwerin und einmal in Greifswald und das OVG, das Oberverwaltungsgericht, auch in Greifswald. Das heißt, das ist ein eigenständiger Rechtszug und es ist schon wichtig zu wissen, vor welchem Gericht man klagen muss. Und wenn man da in die einschlägige Materie schaut, also etwa jetzt hier in § 40 Absatz 1 Verwaltungsgerichtsordnung, dann findet man, der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Natur. Ja, wunderbar. Soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind. Es gibt also besondere Zuständigkeiten, etwa Sozialgerichtsbarkeit oder Finanzgerichtsbarkeit, die zum öffentlich-rechtlichen Kontext dazugehören, aber eben dann nicht mehr die Verwaltungsgerichte zuständig sind, sondern eben die Sondergerichte. Und das Verfassungsgericht eben in besonderer Konstellation, wenn es um Verfassungsfragen geht. Im Regelfall natürlich auch immer erst nach Erschöpfung des Rechtswieges. Was heißt, im Zweifel muss man ohnehin erst bis zum Oberverwaltungsgericht klagen, bevor man dann den Weg zum Landes- oder zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe gehen kann. Da ist aber da schon die Frage aufgeworfen, ja, in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten. Ja, welche sind denn die öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten? Und hier also der Hinweis, ja, wenn ein Träger öffentlicher Gewalt beteiligt ist, reicht das, wie in dem Beispielfall. Wenn eben sich, so sagt der Jurist, eine öffentliche Hand nur fiskalisch betätigt, also vertraglich selber nur aus den Mitteln des Privatrechts bedienen möchte, dann ist es eher eine privatrechtliche Streitigkeit. Das heißt, das Land Berlin oder der Möbelhändler müsste hier vor die ordentliche Gerichtsbarkeit, also im Zweifel hier vor das Landgericht Berlin ziehen und dann in der Berufungsinstanz vor das Kammergericht. Das ist der Weg, der für die Zivilgerichtsbarkeit eröffnet ist und das findet sich dann eben in der Parallelnorm in § 13 GVG, das ist das Gerichtsverfassungsgesetz. Da steht eben drin, unter welchen Bedingungen der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten eröffnet ist und da steht dann nur, vor die ordentlichen Gerichte gehören die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die Familiensachen und die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie die Strafsachen, für die nicht entweder die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten begründet ist oder aufgrund von Vorschriften des Bundesrechts besondere Gerichte bestellt oder zugelassen sind. Also der Grundsatz entspricht dem Grundsatz in § 40 VWGO. Es gibt öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, die gehören vor die Verwaltungsgerichte und es gibt bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die gehören vor die ordentlichen Gerichte. Und das ist dann eben der Punkt, der etwa auch aktuell wieder mal hat Weimar, das Amtsgericht Weimar, eine Entscheidung getroffen und da ging es tatsächlich explizit um die Maskenpflicht von Schülern an den Schulen und hat die für unrechtmäßig erachtet und viele haben sich sofort gefragt, das ist doch wieder mal gar nicht zuständig, das Amtsgericht Weimar, aber es ist zuständig in Familiensachen und hier ging es um eine Familiensache, denn das Kindeswohl ist den Familiengerichten anheim gestellt und die Hauptargumentation ist hier durchaus auf der Basis von entsprechenden Gutachten, dass Maskentragen eben nicht so freundlich und unschädlich ist, wie das gerne gemeinhin korportiert wird, sondern es gibt der entsprechenden sehr umfangreich, also dieses Urteil sehr umfangreich begründet mit entsprechenden Gutachten und entsprechenden Hinweisen zur wissenschaftlichen Literatur, dass eben Maskentragen auch schädlich ist. Will ich gar nicht auf die Details eingehen, ist natürlich eine Bombe in der aktuellen Zeit und selbst das Bildungsministerium in Thüringen hat sich gefragt, dürfen die das? Ja, die dürfen das, weil es eben eine familienrechtliche Streitigkeit ist, ist es also das Amtsgericht Weimar ist zuständig für Familiensachen und da geht es eben vor allem um die Frage des Kindeswohls auch an Schulen, nicht die Verwaltungsgerichte, die sonst zuständig wären. Also dieses Verhältnis Staat-Bürger auf der einen Seite und das Verhältnis Bürger-Staat zueinander ist sehr maßgeblich. Wir sehen hier die Akteure und der Gesichtspunkt der betroffenen Person, die dort ihre Masken tragen, jetzt mit Blick auf den Begriff der Person bezogen. Das heißt, hier ist also dann auch der Rechtsweg entsprechend einzuschlagen, je nachdem, wie das Rechtsverhältnis ausgestaltet ist. Darüber gibt es sehr viele verschiedene Theorien. Juristen möchten ja auch immer gerne als besonders wissenschaftlich oder vor allem Rechtswissenschaft soll ja als Wissenschaft gelten und deswegen bezeichnet man ja auch ganz schnell, wenn man irgendeinen Lösungsansatz, so ein höheres Prinzip, einen höheren Gedanken hat, wie man so einen Fall lösen kann, sofort gerne als eine Theorie. Das ist sehr ambitioniert. Eine Theorie ist es meistens nicht in dem Sinne, wie wir es aus der Naturwissenschaft oder aus der Physik oder sonst wo herkennen. Aber stoßen wir uns jetzt nicht an den Begriff der Theorie. Es gibt verschiedenste Theorien, die die Abgrenzung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht entscheiden sollen oder für sich in Anspruch nehmen, diese Abgrenzung zu entscheiden. Ich will hier nur zwei nennen. Vielleicht wichtigsten nach der Interessentheorie sei entscheidend, ob öffentliche oder private Interessen betroffen sind. Darüber kann man nun lange philosophieren, ob es sich um öffentliche oder private Interessen handelt. Denn hier, das wissen schon alle Totalitarismusforscher, dass je weiter ausgreifend der Staat agiert, er also etwa in der NS-Zeit, wenn man sagt, nichts ist privat, alles ist öffentlich, dann wird man schon sagen, na nur, wenn es gar nichts Privates mehr gibt, ist alles öffentlich, dann gibt es kein Privatrecht mehr. Und das stimmt in gewisser Weise auch. Wenn der Staat in alles hinein regiert, dann sprechen wir auch vom totalen Staat oder man hat auch vom totalen Staat gesprochen. Je mehr Regelungsmacht sich der Staat an Heischig macht, in die intimsten Bereiche hinein zu regeln, desto totalitärer wird es. Und insoweit ist diese Abgrenzung natürlich immer davon abhängig, wie stark eine Gesellschaft davon ausgeht, dass der Staat auch möglichst viel zu regeln hat. Je mehr eben öffentlich geregelt wird, desto weniger Platz bleibt für private Interessen, weil so die Argumentation derer, die das befürworten, dass der Staat immer weiter übergriffig sein kann, auch in die Regelung der privatesten Sphären, dass es nichts Privates mehr gibt. Weil jedes private Verhalten hat eben durchaus Konsequenzen für die Öffentlichkeit. Das sehen wir gerade in der Pandemie recht deutlich, wo dann behauptet wird, mehr oder weniger gut begründet oder eben schlecht begründet, dass schon einer, der eben sich weigert, eine Maske im öffentlichen Raum oder in anderen geschlossenen Räumen zu tragen, dafür verantwortlich sei, dass andere sterben und so weiter. Das heißt, das Private kann sehr schnell zurückgedrängt werden und man kann sehr viel auch in die privaten Interessen hineininterpretieren, dass sie immer auch öffentlich sind. Das heißt, diese Interessentheorie, die ganz häufig verwendet wird, passt nicht, passt nicht wirklich. Also es gibt viele Einwände dagegen, etwa privatlechtliche Institute wie Ehe oder Vertragsfreiheit bestehen eben auch im öffentlichen Interesse, während öffentlich-rechtliche Aufgaben wie zum Beispiel Straßenbau oder Erschließung vom Bauland eben auch im privaten Interesse stehen. Also diese schlichte, einfache Vermutung, dass man durch Interessen die Abgrenzung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht gewährleisten könnte, scheint doch eher problematisch zu sein. Besser ist eben eher die Subjektstheorie oder wie man sie auch nennt, die Sonderrechtstheorie. Die Subjektstheorie geht davon aus, dass eine öffentlich-rechtliche Qualifikation des Rechtsstreits dann vorliegt, wenn ein Träger hoheitlicher Gewalt gerade in dieser Eigenschaft eben auch beteiligt ist. Ja gut, das ist ja gerade die Frage, die häufig in Rede steht. Deswegen kann man sagen, dass diese Sonderrechtstheorie, also das öffentliche Recht als ein Sonderrecht gegenüber dem allgemeinen Privatrecht immer dann eingreift, wenn der Staat oder eben ein öffentlicher Träger hoheitlicher Gewalt per Befehl durch Anordnung, nicht auf gleicher Augenhöhe, sondern durch Anordnung bestimmt, was zu tun ist. Dass eine Baugenehmigung eben verweigert oder eben ein Rückbau gleichsam befiehlt, anordnet durch Verwaltungsakt oder einen Platzverweis ausspricht durch die Polizei. Im Polizei- und Ordnungsrecht wird es natürlich besonders deutlich und so weiter. In den meisten Fällen ist das auch relativ unproblematisch, dass man feststellt, ob die öffentliche Hand tatsächlich hoheitlich handelt oder eben privatrechtlich. Wie gesagt, die Standardfälle sind, dass die hoheitliche Hand, die öffentliche Hand fiskalisch tätig wird und eben auf vertragsrechtlicher Ebene mit auch anderen Privaten agiert. Und dann ist es im Kern auf Augenhöhe und eben nicht ein besonderes spezielles öffentlich-rechtliches Verhältnis. Das ist recht komplex und kompliziert, dass es aber im Regelfall tatsächlich dann immer um die Frage geht, ob der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet ist oder nicht. Ist das vor allem ein zentrales Problem, dass im Verwaltungsrecht, vor allem hier im Verwaltungsverfahrensrecht, sehr intensiv besprochen werden wird. Deswegen will ich hier jetzt nicht auf die ganzen Details eingehen. Ich wollte nur dafür sensibilisieren. Merken Sie sich einfach, nach dem Gedanken des Rechtsverhältnisses ist die erste Vermutung, dass es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handelt, wenn auf der einen Seite der Staat oder hoheitliche Träger öffentliche Körperschaften agieren. Dann besteht eine gewisse Vermutung. Und da muss man in einem zweiten Schritt fragen, okay, handelt der Hoheitsträger hier tatsächlich hoheitlich oder eben nur fiskalisch? Und wenn er fiskalisch handelt, dann wird eben die Stadt Berlin oder eben die Universität Rostock oder das Bildungsministerium in Schwerin genauso behandelt wie jeder andere Private, der irgendwelche Möbel kauft oder andere Dinge sich anschafft. Gut, das will ich also hier gar nicht weiter vertiefen, wollte nur diese erste wichtige Ebene nochmal deutlich machen. Die zweite wichtige Ebene ist, dass Privatrecht und bürgerliches Recht eben nicht identisch sind. Das wird häufig immer mal wieder falsch gemacht und synonym gesetzt, aber das ist nicht der Fall. Privatrecht ist der weitere Begriff. Bürgerliches Recht ist der engere Begriff. Was bedeutet das? Wir haben ja gesehen, das Ausgangsmodell des Privatrechts ist tatsächlich ursprünglich das, was identisch war mit bürgerlichem Recht. Nämlich gleiche Freiheit für gleiche Bürger. Das kann man im Grunde bis ins 19. Jahrhundert hinein so sehen, für das römische Recht auf jeden Fall. Es gibt aber dann speziell der Mitte, spätestens der Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem aber dann des 20. Jahrhunderts durchaus wieder diesen Backslash, diese Rückwirkung, dass man eben von Status to Contract wieder umgekehrt, von Contract to Status schaut. Das heißt, einerseits ist der Status nie ganz abgeschafft gewesen, etwa im Handelsrecht. Wenn man sagt, das Handelsrecht ist Sonderprivatrecht der Kaufleute, dann ist das Handelsrecht, es gibt also die eigenständige Materie, etwa das HGB, das Handelsgesetzbuch. Und dieses Sonderrecht für Kaufleute, das sich schon im Mittelalter herausgebildet hat, hat eine gewisse historische Tradition, aber auch eine gewisse Berechtigung im Verhältnis zum allgemeinbürgerlichen Recht, weil davon ausgegangen wird, dass Kaufleute nicht besonders geschützt werden müssen, weil Kaufleute im Regelfall im Wirtschaftsding und im Handelsding weniger Schutz bedürfen und hier gilt der Gedanke der Freiheit eben sehr viel stärker. Das macht sich etwa dadurch bemerkbar, dass es im Handelsrecht durchaus möglich ist, dass ein Kaufmann eine Bürgschaft auch rein mündlich eingehen kann. Also er kann sich für die Schulden eines Dritten verpflichten, des Hauptschuldners verpflichten und das nur mündlich, während umgekehrt etwa im bürgerlichen Recht wird der Bürger, der im Regelfall eben durchaus weniger Erfahrung in solchen Dingen hat, besonders geschützt durch eine besondere Form, die Schriftform. Das heißt, ein Bürger, ein normalsterblicher Mensch, der nur so mal aus dem Bauch heraus sich für die Schulden der Eltern oder wem auch immer eines Freundes verbürgen möchte, wird hier ausgebremst, weil eine spontane Kundgebung dieses Willens wird nicht gleichermaßen geachtet wie die eines Kaufmanns. Also hier sind wir wieder beim Status. Welchen Status hat jemand? Und beim Kaufrecht ist es eben so, dass dieser Sonderstatus Kaufmann zu sein, besondere Rechte und Pflichten diesen Kaufleuten auferlegt. Umgedreht hat sich eben die besondere Schutzbedürftigkeit von Arbeitnehmern oder eben Verbrauchern auch herausgebildet. Ich hatte das ja schon angesprochen beim Arbeitsrecht, als wir uns die historische Entwicklung des bürgerlichen Rechts angeschaut haben und die Kritik am Liberalismus im 19. Jahrhundert, dass Arbeitsrecht im Wesentlichen Arbeitnehmerschutzrecht ist, weil der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber besonders schutzbedürftig erscheint. Denn der Arbeitgeber, der Unternehmer ist und im Regelfall unter den Status des Kaufmanns auch fällt als Unternehmer, ist jemand, der in Geschäftsdingen eben stärker erfahren ist als der Arbeitnehmer, dem er eben im Zweifel bestimmte Dinge oktruieren kann, der sozusagen der Boss ist. Und in diesem Verhältnis herrscht nie ganz Gleichheit, auch wenn moderne Unternehmen versuchen sozusagen von vornherein, dass du in allen Hierarchien oder möglichst ohne Hierarchien in den Unternehmensstrukturen auszukommen. Jedenfalls klassischerweise gibt es eine starke Hierarchie in Unternehmen und ganz oben steht eben der Boss und was der Boss sagt, wird eben gemacht. Da ist nichts mit gleiche Freiheit für gleiche Bürger im Arbeitsverhältnis. Einer muss sagen, wo es lang geht und die Arbeitnehmer haben gefälligst zu spuren. Und dass es nicht in alle Richtungen chaotisch abläuft, dafür ist das Arbeitsrecht da, dass also hier der Arbeitgeber doch immer stärker gebunden wird, sich rechtlich zu verhalten in einer Form, dass ein Higher-End-Fire, also ein jetzt stelle ich dich ein, morgen schmeiße ich dich wieder raus, wenn du mir nicht gefällst, so einfach nicht geht. Ein wesentlicher Aspekt des Arbeitnehmerschutzrechts ist eben der Kündigungsschutz etwa, so dass, wenn man erst mal eingestellt ist, die Möglichkeit, dass man auch länger bleiben kann, gegeben ist und ein einfaches Wieder-Herausgeworfen-Werden nicht gegeben ist. Ja, dieses Arbeitsrecht hat sich, wie gesagt, dann Anfang des 20. Jahrhunderts ganz stark entwickelt, parallel zu der sozialen Frage, das Proletariat musste besonders geschützt werden. Ein besonderes Proletariat der moderneren Zeit ist das Verbraucher-Privatrecht, aber auch im Grunde ein Sonder-Privatrecht, denn auch hier geht es um Status. Der Verbraucher wird gegenüber dem Unternehmer geschützt, so wie der Arbeitnehmer gegenüber dem Unternehmer, dem Arbeitgeber geschützt wird, weil man ganz allgemein davon ausgeht, dass der Verbraucher im Kaufrausch nicht alles bedenkt, was er dann da eigentlich tut, ob er die Sachen, die er da gerade kauft, möglicherweise überteuert tatsächlich braucht, weil er der Werbung des Unternehmers irgendwie völlig erlegen war und dann nach ein paar Wochen merkt, ach du großer Gott, warum habe ich das bloß gemacht? Da soll also der Gesichtspunkt des bürgerlichen Rechts zurückgedrängt werden zugunsten einer stärker mit Widerrufsrechten bestückten Verbrauchereigenschaft, der als in gewisser Weise besonders schutzwürdig anzunehmen ist. Das Verbraucherrecht nimmt mittlerweile einen sehr dominierenden Platz im bürgerlichen Recht ein. Es gibt mittlerweile einige, die sagen würden, das klassische Modell, gleiche Freiheit für gleiche Bürger ist im Grunde unterhöhlt. Es gibt im Grunde ein Sonderprivatrecht der Unternehmen und Unternehmen, wenn die miteinander agieren. Und es gibt auf der anderen Seite eben das Verhältnis von Verbrauchern und Unternehmen. Und diese beiden Konstellationen prägen das Soziale und das Wirtschaftsgeschehen stärker als die Vorstellung, dass es Beziehungen von Bürgern und Bürgern noch gibt. Ja, also das ist wirklich eine Rückkehr von Main, vom Status to Contract, vom Contract to Status, Back to Statusdenken. Und praktisch gesehen stimmt das weitgehend, denn wenn man mal die eigentlichen Geschäftsbereiche sich anschaut, wird man überwiegend feststellen, dass reine bürgerliche Recht findet noch Anwendung auf Ebay-Verträge. Ja, also wenn man über Ebay zwischen gleichen Verträge schließt, aber ansonsten, wenn man in den Laden geht, wenn man über das Internet Dinge kauft, im Regelfall agieren wir Gemeinsterblichen, die früher als Bürger behandelt wurden, nunmehr eher als Verbraucher. Wir sind überwiegend Verbraucher. Es gab also auch, auch das kann man im öffentlichen Diskurs ganz häufig feststellen, die Bezeichnung. Ich sagte es ja vorher, dass Politiker nicht gerne den Begriff des Bürgers verwenden, sondern je nach Kontext verwendet man eben den Begriff des Menschen oder eben des Verbrauchers. Der besondere Verbraucherschutz, da kann man dann eben zeigen, dass man als Politiker es doch sehr nett meint mit den Menschen in diesem Lande und ihnen möglichst mehr Rechte zubilligt gegenüber den Unternehmen. So, das ist also diese Modifikation. Wir sehen also schon, das 20. Jahrhundert hat aus dem 19. Jahrhundert stammenden BGB und der Idee, gleiche Freiheit für gleiche Bürger, doch gewisse Modifikationen wieder herbeigeführt. Und wenn man sich noch weitere Regelungsbereiche anschaut, die für das Privatrecht maßgeblich sind, das Gesellschaftsrecht, das Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und so weiter, das Privatrecht ist also insgesamt sehr viel weiter als nur das bürgerliche Recht. Deswegen ist es falsch, beides synonym zu setzen. Wir haben schon gesehen, Zivilrecht und bürgerliches Recht sind synonym, aber nicht Privatrecht und bürgerliches Recht, sondern Privatrecht ist eine deutlich weitere Materie. Und spätestens in diesem ganzen Bereich Arbeitsrecht, Handelsrecht, Verbraucherrecht, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht stellt sich immer wieder die Frage, naja, ist das nicht eigentlich alles öffentlich-rechtliche Materie? Manche gehen ohnehin von einer sehr starken Dominanz des öffentlichen Rechts mittlerweile aus, während das Privatrecht sozusagen die Geschichte dominiert hat seit 2500 Jahren. Spätestens im 20. Jahrhundert mit dem Verfassungsrecht, mit der immer weiter aktiv agierenden Vorstellung eines Wohlfahrtsstaates, regelt der Staat immer mehr Beziehungen auch der Privaten, was besonders deutlich wird eben im Verbraucherprivatrecht oder im Wettbewerbsrecht oder Urheberrecht. Und die immer stärkere Überformung privatrechtlicher Verhältnisse durch entsprechende Regelungen führt dann durchaus dazu zu sagen, naja, aber das ist doch dann eigentlich alles öffentliches Recht, oder? Ja, also auf diesen Streit will ich an dieser Stelle gar nicht eingehen. Es bleibt bei der Vorstellung, wenn wir vom Rechtsverhältnis ausgehen, dass es immer noch um das Verhältnis von Privaten untereinander geht. Wenn wir sagen, okay, der Staat regelt auch das Verhältnis der Privaten untereinander, das war beim bürgerlichen Recht auch schon der Fall, ja, dann wäre alles öffentliches Recht. Und in der Tat, einige gehen, wie gesagt, so weit, insbesondere wenn auch gesagt wird, naja, mittlerweile die Verfassung regelt alles, über die Verfassung steht nichts, über die Verfassung geht nichts. Das Verfassungsrecht regiert auch in das bürgerliche Recht hinein. Dann ist das ein Standpunkt, den man immer häufiger finden kann. Und insoweit sind die öffentlichen Rechtler doch häufig sehr selbstbewusst, wenn sie gegenüber den Privatrechtlern auftreten und sagen, naja, im Zweifel können wir alles über das Verfassungsrecht, auch das Privatrecht regulieren. Darüber gibt es eine lange rechtswissenschaftliche Debatte und Auseinandersetzung, auf die ich hier an dieser Stelle nicht im Detail eingehen will. Es wird immer wieder eine Rolle spielen. Wir werden immer wieder darauf zu sprechen kommen, aus der Methodenlehre ist ja schon bekannt, dass es natürlich eine Hierarchie der Rechtsnormen gibt. Also wenn wir hier von den verschiedenen Ebenen der Rechtsmaterien sprechen, dann gibt es natürlich eine Normenhierarchie. Und in dieser Normenhierarchie wird ganz allgemein klargestellt, dass die Verfassung über dem einfachen Gesetz und damit eben auch über dem BGB steht und über verfassungsrechtliche Gesichtspunkte wurde auch viel in die Regelung des BGB hinein neu interpretiert. Ich will gar nicht auf viele Beispielsfälle hineingehen. Das könnte eine eigene Vorlesung füllen. Aber es betrifft vor allem etwa die Gleichberechtigung im Familienrecht zwischen den Ehegatten und so weiter, die Gleichstellung von ehelichen und nicht-ehelichen Kindern, also im Familienrecht, aber eben auch im allgemeinen bürgerlichen Recht, etwa auch die Frage, wie weit Privatautonomie gehen kann. Da ist schon das Bundesverfassungsgericht in vielen Entscheidungen und einigen ganz zentralen Entscheidungen sehr maßgeblich dafür geworden, dass die ursprüngliche Konzeption eines sehr liberalen bürgerlichen Rechts unter dem Gesichtspunkt Vertrag ist Vertrag modifiziert wurde in verschiedenen Perspektiven. Aber dazu dann gegebenenfalls bei den einzelnen Rechtsinstituten mehr. Wenn wir uns das also genauer anschauen und das System des geltenden Rechts in ein Schema bringen, dann sind wir auf der Ebene der Rechtsdogmatik, vor allem in der Dichotomie, in der Zweiteilung von öffentlichem Recht und Privatrecht auf der einen und Privatrecht auf der anderen, also öffentliches Recht auf der einen, Privatrecht auf der anderen. Und dazwischen befindet sich dann irgendwie das Strafrecht. Wie passt das da rein? Ist das Strafrecht nicht auch alles öffentliches Recht? Ja, grundsätzlich schon. Wenn man, wie gesagt, davon ausgeht, hier wird ja eigentlich der Staat hoheitlich tätig. Auf der anderen Seite geht es um Rechtsbeziehungen, die ja zwischen Privaten erfolgt sind und vor allem eben um Deliktsrecht. Strafrecht und das privatrechtliche, der privatrechtliche Bereich des klassischen Zivilrechts, des Deliktsrechts, sind häufig recht eng. Also nehmen wir einen Verkehrsunfall, dann finden wir natürlich sowohl die Problematik der strafrechtlichen Beziehung, wenn wir etwa tatsächlich den drastischsten Fall, der mittlerweile vorkommen kann, wenn ich es richtig sehe, also so ein Raserfall, dass also jemand ein illegales Rennen auf den Straßen in der Innenstadt sich liefern und dabei wird jemand niedergefahren und stirbt dabei, dann stellt sich ja die Frage, ob das auch schon Mord ist. Auf die Feinheiten will ich hier nicht eingehen, ob das Sinn macht, das als Mord zu bezeichnen. Aber hier wird eben recht deutlich, es ist nicht mehr nur eine Frage der fahrlässigen Tötung, sondern weil man einfach im Strafrahmen höher möchte, handelt es sich natürlich um ein Delikt, das mit dem Strafanspruch des Staates versehen ist und insoweit durchaus hoheitlich wird hier der Staat tätig. Andererseits handelt es sich um eine private Beziehung, was besonders deutlich wird, wenn die Angehörigen, die Hinterbliebenen Schmerzensgeld oder eben entsprechenden Schadensersatz noch gelten machen wollen. Was vielleicht noch deutlicher wird, wenn der Verletzte oder beim Unfall unter die Räder Gekommene nicht stirbt, sondern möglicherweise zeitlebens querschnittsgelähmt im Rollstuhl fährt. Da wird man sehen, dass das natürlich auch eine privatrechtliche Beziehung ist, denn es geht dann um Schmerzensgeld, es geht um Arztkosten, es geht um Schadensersatz und so weiter. Und das ist natürlich klassischerweise Privatrecht. Und deswegen ist der Streit, ob das Strafrecht jetzt mehr ins öffentliche Recht oder mehr ins Privatrecht gehört, in gewisser Weise müßig. Denn ursprünglich, das werden wir in der Geschichte des römischen Rechts noch sehen, ursprünglich war natürlich der Strafanspruch vollständig auch im Privatrecht angesiedelt. Es gab den Gedanken der Privatstrafe und auch des privaten Vollzugs. Und erst als man gemerkt hat, dass die private Strafverfolgung eher dazu führt, dass man in einem Dauerkriegszustand ist, führt das dazu, dass der Hoheitsanspruch des Gewaltmonopols, der Gedanke des Gewaltmonopols natürlich auch das Strafmonopol beinhalten muss und damit eben das Strafmonopol aus dem Privatrecht herausgezogen wird. Aber ansonsten, was die reine Verletzungshandlung anlangt, die deliktisch ist, handelt es sich in großen Teilen des Strafrechts eben um privatrechtliche Rechtsverhältnisse, die dann eben durchaus sowohl vor den ordentlichen Gerichten des Privatrechts, also wenn es um Schmerzensgeld, Schadensersatz geht, ausgetragen werden und auf der anderen Seite eben vor den Strafkammern dann eben der strafrechtliche Hoheitsanspruch durchgesetzt wird. Also diese drei Ebenen kennzeichnen die klassische Grundstruktur, die Systematik des Rechts, des geltenden Rechts auf der rechtsdogmatischen Ebene und dann kann man eben weitergehen, also das öffentliche Recht, Verwaltungsrecht, Verfassungsrecht, aber das sind nur die beiden wesentlichen großen Blöcke. Natürlich spielen da eben dann die Sondermaterien auch mit hinein, von denen sprach ich ja schon. Das Steuerrecht, also die ganze Finanzgerichtsbarkeit, das Finanzrecht, das Sozialrecht und so weiter. Es würde alles natürlich zum öffentlichen Recht gehören, während eben im Bereich des Privatrechts nur um drei große Bereiche aufzuzählen, das Arbeitsrecht oder das Wirtschaftsrecht, das Gesellschaftsrecht und so weiter, zum Privatrecht genauso zählt, uns interessiert. Und hier sehen wir eben den Aspekt des Zivilrechts, des bürgerlichen Rechts, ist also nur ein Teilaspekt des Privatrechts, während lange Zeit das Zivilrecht, das bürgerliche Recht, das Recht insgesamt dominiert hat. Bis ins 19. Jahrhundert hinein. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Insoweit würden manche vielleicht sagen, erstaunlicherweise ist das Zivilrecht vielleicht stärker an den Rand gedrängt worden als periphere Materie. Das könnte man den Eindruck haben, weil es so sehr viele andere Sondermaterien mittlerweile gibt. Gleichwohl, ich glaube, dass es auch bei Rechtswissenschaftlern weitgehend unumstritten ist, ist die Analyse privatrechtlicher Rechtsverhältnisse und des bürgerlichen Rechts, also dessen, was wir Zivilrecht nennen, was aus dem römischen Recht überkommen ist, die Basis des Rechtsdenkens in allen anderen Bereichen auch immer. Ja, es wird natürlich überlagert durch spezielle Eigengesetzlichkeiten, die dann in den jeweiligen Materien eine Rolle spielen, aber die Basis für das Rechtsdenken liegt im Zivilrecht. So, da haben wir jetzt nochmal die Ehrenrettung des bürgerlichen Rechts vorgetragen. Mir ging es gar nicht darum, hier jetzt eine Beurteilung vorzunehmen, welches ist nun wichtiger, alles hat seinen Platz und alles ist für sich wichtig von der Struktur, jedenfalls aber für das Privatrecht, ist das bürgerliche Recht und das, was im BGB steht, schon immer noch die Basis. Also etwa nur ein einfaches Beispiel, das, was im Handelsrecht und im Gesellschaftsrecht eine Rolle spielt, wird immer wieder unter Rückverweisung auf klassische Standardnormen, Grundrechtsinstitute, die im Zivilrecht eine Rolle spielen und das sind halt eben Delikt und Vertrag diskutiert werden und ohne diese Grundlagen ist alles andere im Recht kaum sinnvoll und mit einem einigermaßen vernünftigen Tiefgang verständlich zu erörtern. Überallem, wir sprachen ja von der Hierarchie des Rechts, überallem lagert dann sozusagen noch das Europarecht, das in alle diese Bereiche mehr oder weniger mittlerweile mehr oder weniger systematisch oder überwiegend eher unsystematisch hineinregiert. Da kann man eben nicht davon sprechen, dass es beim Europarecht um eine Rechtsmaterie von verschiedenen Rechtspersonen geht, also der Gedanke des Rechtsverhältnisses, der hier eine Rolle spielt, spielt hier keine Rolle, sondern das Europarecht über Richtlinien und Verordnungen findet eben Einfluss in die Rechtsmaterie, die dogmatisch und systematisch deutlich darunter liegt, aber jetzt nicht in Erwertung her, sondern das Verständnis des Europarechts ist eben auch nur aus der Systematik heraus zu verstehen, damit ich da die entsprechenden Richtlinien und Verordnungen zuordnen kann. Es gibt und gab jetzt seit das Europarecht diese sehr dominante und dominierende Rolle einnimmt, immer solche Vorlesungen zum europäischen Privatrecht. Und da geht es ganz häufig darum, die Masse an Verordnungen und Richtlinien systematisch einzuordnen. Was wurde da eigentlich wann, wie geregelt und so weiter. Der Überblick ist für viele schon verloren gegangen. Es ist manchmal glücklich, wenn eben das Europarecht und das, was in den Verordnungen und Richtlinien geregelt wird, in die jeweilige nationalstaatliche Materie hinein interpretiert und umgesetzt wird vom Gesetzgeber und von der Rechtsprechung dann entsprechend berücksichtigt wird. Aber da sozusagen das Europarecht immer wieder noch so eine Backup-Ebene ist im Hinblick darauf, dass man das Original der Richtlinie, den Originaltext in der Auslegung berücksichtigen muss bei bestimmten Fragestellungen, ist jedenfalls für die Methodik der Rechtsfindung häufig der Weg bis zum Europäischen Gerichtshof, weil eben europäische Rechtsmaterien betroffen sein können, eröffnet. Und das macht die ganze Sache nicht einfacher aktuell. Also gerade für die Perspektive des Privatrechts oder vor allem jetzt eben auch des Zivilrechts wäre es schon wünschenswert, und das ist tatsächlich ein Zustand, der von vielen schon lange beklagt wird, dass diese unsystematische Regulierung, die da aus Brüssel kommt oder Straßburg, dass diese Regulierungswut zum Teil eben die Materie nicht überschaubar gemacht hat und es eben ein Wunsch wäre, das zu vereinheitlichen, dass ein einheitliches europäisches Zivilrecht endlich Geltung für sich in Anspruch, damit man diese ganzen Interpretationsfragen über Richtlinien und Verordnungen mal hinter sich lassen kann. Also ich spreche jetzt hier nur vollständig für den Bereich des Privatrechts beziehungsweise das Zivilrecht. Wir haben ja dann im Schwerpunktbereich, also in den höheren Semestern, noch das Modul des europäischen Wirtschaftsrechts. Da wird das ja dann auch noch genauer besprochen, wenn dann die Grundlagen insoweit gelegt sind. Nur ohne diese Grundlagen versteht man diese ganze Materie nicht. Deswegen schauen wir auf die Grundlagen und die Grundsystematik, kommen wir zum BGB selbst, also die letzte Ebene.